Und dann hieß es, Hanga sagt goodbye. Die 8-fache Weltmeisterin bei Olympia Silber und 35-fache deutsche Meisterin hat er eingeladen. Ihr Abschlussrennen. In Gera, da wo sie einst bei der Eskiewis mit Gera trainierte, wurde ein Rennen der großen Namen. Ihr Team Max Solar, Olaf Lüblich, ja selbst André Greibel, um nur einige hier zu nennen, erwiesen ihr die Ehre. Wie schrieb Bernd Herrmann, der bekanntesten Radsportlerin auf dem Planeten. Ein Rennen mit Spaßfaktor, aber durchaus nicht ohne Ehrgeiz der Teilnehmer. Miss Thüringen Rundfahrt der Frauen, sag ich einfach mal. Hallo, ich grüße dich hier in Gera, heute mal in Sportsachen und nicht als Organisatorin. Wie läuft's? Was? Naja, die Vorbereitung für das Rennen. Für das Rennen heute? Nichts passiert. Ich weiß, dass du öfters mit dem Rad, mit deinem Kind unterwegs bist. Ja, das aber nicht so oft. Also ich bin 100 Kilometer gefahren dieses Jahr insgesamt. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber es gibt da im Moment andere Prioritäten und das wird auch wieder mehr werden. Heute bist du da, um ein Abschlussrennen von der Hangar mitzubestreiten. Die war lange bei euch im Max Solar-Team. War eigentlich die Älteste bei euch und hat die Jungen mit rangeführt. Ist es ein Verlust? Natürlich ist es ein Verlust. Also das sollte ja auch so sein, dass sie die jungen Talente motiviert und auch aus ihrer Erfahrung einfach ein bisschen was beibringt. Aber na klar, es ist ein Verlust ohne Ende. Definitiv. Was hast du dir heute vorgenommen? Wegfahren. Wegfahren? Das heißt also gewinnen? Naja, da würde ich nochmal mit Hanka sprechen. Das kann ich so gewinnen lassen. Nee, Quatsch. Mal gucken. Ja, man erschreckt sich jedes Mal wieder. Das war der Startschuss zum Abschiedsrennen von Hanka Kupfernagel. Und das ist euer Applaus. Hanka, das ist dein 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 Applaus. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Alle hatten sich die Abschlussfeier verdient. Und viele sind gekommen, um Hanka nicht nur auf dem Rat zu verabschieden. Nein, viele alte Geschichten wurden in Erinnerung gerufen. Bei Sekt, Modenschau und allerlei anderen Genüsslichkeiten. Hanka, ich störe dich jetzt einfach mal bei deiner Party. Licht muss sein, Fernsehen ist mit Licht. Kannst du uns einfach mal so fünf Fotos aus deinem Leben hier mal erklären? Hier, ich sehe dich ja noch in DDR-Kleidung. Nationalmannschaft, wo war das? Das war in London. Nein, Entschuldigung. In England waren wir schon in der Nähe. In England in Middlesbrough hieß es. Union WM 1990. Das weißt du noch so genau, 1990. Wenn man hier sieht, den kennt man vielleicht. Jan Ulrich. Das ist die Anja, unbescheid. Bert Grabsch, äh, Ralf Grabsch, der jetzt Bundestrainer ist. Ja, und ich bin auch da irgendwo. Irgendwo, ja. Und hier, das kennen wir alle, ne? Das ist die steile Wand von Marane. Hier ist meine beste Freundin mit meinem Fadenkind Nummer zwei. Weißt du eigentlich, wie oft du im Rennen die steile Wand Marane hochgefahren bist? Viermal. Viermal? Oder fünfmal, ja. Habt ihr vorher trainiert? War doch mal zum Training. Ja, natürlich. Und ich hab, ähm, glaube ich, von den fünfmal, die ich hochgefahren bin, war ich bis dreimal Erster. Ui. Ja, Kopfsteinflaster liegt mir. Da gibt's da hinten auch ein Bild, da hab ich das schon früh geübt. Ja. Ja, aber das war so aus den Anfangszeiten, wo ich zwölf Jahre alt war. Zwölf, dreizehn. Das ist beim Charity Bike Cup mit Jens Vogt, der leider nicht konnte dieses... Ja, aber die Videobotschaft hat er hergebracht. Genau, das fand ich auch sehr überraschend. Ich hab das vorher auch nicht gewusst und hab mich sehr gefreut. Man hat es gesehen, man hat es auch gesehen. Hier sind meine Teamkolleginnen noch ganz nicht, weil, äh, von Max Solar, äh, Therese, äh, Therese Klein und Melanie Wott. Da haben wir uns, ähm, auf die Thüringen-Unfahrt vorbereitet und danach ein Eis gegessen. Was macht jetzt eigentlich Max Solar ohne dich? Die jungen Leute, du warst da eigentlich ein Vorbild für die. Ja. Hast, äh, geführt. Und, äh, es ist ja gar nicht so einfach, das Profileben. Ja, ähm, ich denke, ich bin immer mal noch dabei. Und, ähm, wir haben ja auch Freundschaften entwickelt, sodass wir da immer in Kontakt bleiben werden. Wenn sie wollen. Ich denke mal, sie werden wohl wollen. Das war so ein kleiner Ausschnitt aus deinem Leben. Wir wünschen dir heute noch ganz, ganz viel Spaß. Und zwar ein toller Tag. Dankeschön. Ja, für mich auch. Ich bedanke mich auch bei den Leuten, die heute gekommen sind und bei den Sponsoren. Und, echt schön. Alles klar. Viel Erfolg in deinem weiteren Leben. Dankeschön. Tschüss.